so also ist tatsächlich eine etwas ungewohnte waffe jetzt irgendwie hätte jetzt auch ehrlich gesagt auch nicht so wirklich erwartet dass man eine pumpkin findet aber gut nicht dank sie haben mich am ende ja noch da rausgeholt ich treffe sie dann im büro karte aktualisiert hotel bankhaus okay gut ich denke mal wir werden jetzt wahrscheinlich mit vielen menschlichen feinden zu tun haben oder mit androiden kann natürlich auch sein so kann ich das ding eröffnen kann ich natürlich nicht weil wir und schmutzpuls fehlt okay das ding ist verriegelt ja schön das ist ja toll wenn das jetzt zu ist wie kommen wir da rein da drüben das auto kann ich aktivieren wahrscheinlich das ist ja wahrscheinlich geschehen aber es war deiner in die feine proben wir mal gibt es nochmal einen flammenwerfer nehmen wir uns auf jeden fall mit na gut das haben wir uns nicht gebracht okay müssen wir vielleicht irgendwie einen angriff auslösen damit die das tor öffnen und zu uns kommen könnte jetzt mal rennen jetzt mal einfach so dieser save dem wird mich So, nichtsdestotrotz, bin ich ein bisschen irritiert, weil ich jetzt gerade nicht weiß, wie wir weiterkommen. Wir könnten den Fahrstuhl benutzen. Raustechnik. Also wir kommen hier nicht durch, irgendwie. Finden sie einen Weg zurück. Die Kreatur sitzt fest. Tja, okay. Sollen wir vielleicht doch nochmal mit dem Fahrstuhl woanders hinfahren? Können tun wir es. Dann probieren wir mal. Vielleicht finden wir einen anderen Weg. Der sah jetzt gerade nicht so aus. Oder vielleicht hätten wir auch mit den Leuten in Kontakt treten sollen. Und sagen, hey, wenn du willst, kapier eine Zahnpasta und eine halbe Socke. Ist in mich drin? Vielleicht hätte er die Tarn. Das ist ja angenehm, wenn man rennen kann jetzt. Strom wieder herstellen. Ach, das ist doch... Leute, habt ihr eine Idee? Wie wir weiterkommen? Wenn ja, lasst es mich mal kurz wissen. Ah, ne, wir sind komplett voll. Das ist Hahn komplett cool. Hier kommen wir auch zurück. Ey, nicht, dass wir wirklich doch komplett zurücklaufen müssen, um da irgendwie das Update für den Ionschneider zu finden. Das wäre... Wir müssen hier in den Passagierbereich irgendwie... Na ja, okay. Wir probieren es einfach mal irgendwie. Ich hoffe, wir machen den Umweg nicht umsonst. Aber hey. Wir können mal rennen. Ach, Mann, dieser Husten. Karte, alle Ebenen abchecken. Ja, das ist natürlich... Das ist absolut der Worst Case, ne? Wenn du jetzt anfängst, hier wirklich... Alle Karten nochmal abzulaufen. Also, das wäre schon heftig. So, durch die Tür kommen wir nicht. Durch die kommen wir nicht. Also kommen wir nur durch den Schacht dorthin. Weil wir hatten definitiv hier vorne im Terminal eine Tür, wo wir nicht reingekommen sind. Bin ich der Meinung. Vielleicht kriegen wir die jetzt mit dem Cutter auf. So, okay. Jetzt haben wir in dieser Art Bar. So, das haben wir natürlich alles schon mal gemacht. Und dann schauen wir doch mal. Auf der Karte alle Ebenen abchecken. Wie meinst du das jetzt? Also, ich habe ja jetzt keinen weiteren Indikator irgendwie, um zu sagen, irgendwie... Also, was soll ich sehen? Kann ich überhaupt... Stockwerk wechseln? ... ...und zwar im Kopf und Abflug. Okay. Okay. Ich, wie gesagt, ich... ...plus minus. Ja, zum Aufzoomen, ja. Okay, kann man ein- und aufzoomen. Vater, ich weiß gerade nicht, was du mir sagen willst, irgendwie. Also, was für einen Tipp du mir jetzt gerade geben willst, irgendwie. Also, ich verstehe schon, irgendwie, dass man die Karten sich alle angucken soll, aber tatsächlich, ich weiß ich, ehrlich gesagt, nicht nach, was ich gerade suchen soll, überhaupt. Ja, normalerweise ist es jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwo einen Heint hast, wo du sagst, so einen hüpfenden Pfeil, so hier musst du hin. Schlimm ist, dass dir halt auch die Türen nicht angezeigt werden und die Tür war eigentlich die Gemeinde und die kommen hier nur mit der Verbesserung durch. Ach, ist doch schön. Ganz schön. Okay, wo kriege ich denn bitte die Verbesserung her? Also, wir müssen anscheinend erstmal die Verbesserung finden, weil erst dann kommen wir durch irgendwelche Lüftungsschächte durch. Oh nein, sag mir bitte nicht, die war irgendwo da, wo ich den Anzug abgelegt habe. Dass ich die da vielleicht einfach übersehen habe. Wäre möglich. Würde mir eh nicht sehen. Na gut. Okay. Ich sag's immer wieder, Gott sei Dank, wir können rennen. Das macht's alles etwas erträglicher. rein in den Schacht und die muss im Kerl hat. Witt, 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 zack, zack, zack. Hörst du, witt, 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 witt. Und einmal Parcours, bitte. So. Auf geht's. Was? Ja, sowas ist natürlich extrem ärgerlich irgendwie, wenn ihr jetzt leider für meine Blödheit hier irgendwie büßen müsst, weil ich irgendwas übersehen habe. Oder jetzt vom Lösungsweg nicht so schnell komme. Aber wie gesagt, hier muss sich niemand für Interaktion schämen. Ihr könnt sofort und sehr gerne in den Chat schreiben, was wir tun sollen. Macht es Dave gleich. Äh, nicht Dave, entschuldige bitte. Macht es Vater gleich. Dies könnte meine Aufmerksamkeit bedürfen. Sie sollten nicht hier sein. Hatschot, Baby. So, Zwischenstoß haben wir noch. Okay. Wie ein halbes Bett hier. Schade. Hier könnte ich mir jetzt so ein Ionenschneider-Update gut vorstellen. Schade. Aber wahrscheinlich hatten wir hier schon mal irgendwie gefunden. Und was tatsächlich auch cool ist irgendwie, dass die Sachen nicht wieder befüllt werden. Also es ist halt schon haben sie schon cool gemacht. Wo haben wir das Update für das Ding? Das muss ja hier wahrscheinlich irgendwo sein. Irgendwie. Nein. Die Schreibtischlampe ist ja auch hart, Alter. Ist ja wirklich. Interessant. Ja. Hier sind wir angekommen. Okay, also. Mal ganz in Ruhe jetzt hier vorne umsehen. Müssen wir einfach einen Koffer mitnehmen da unten. Sieht grundsätzlich hier auch ganz gut aus irgendwie. Ich verstehe auch nicht, warum man die Leitungskanäle hier vorne ran tackert. Irgendwie. Da, wo man sitzt. Ist ja Quatsch. So. Wie gesagt, falls ihr irgendetwas seht, scheut nicht zu schreiben. Ja. So. Hier ist natürlich alt wie er dunkel wie wir am Arsch hier. No, 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 no. Ballerkarton mit Mixtapes. So. Kann ich mir jetzt noch einen Shotgun nehmen, oder was? Ja, gar nicht. Schön. Was sind das jetzt? Auch nicht schlecht. Ah, schade. Er hat nicht die Munition übernommen. Das wäre cool. Nur so ein klingend Glitchie von ihm. So. Vielleicht auf den Förderbändern. Oh, nüscht. So. Hier können wir nicht interagieren. Hier können wir nicht interagieren. Hier gucken wir nicht durch. Ja, mein zweiter Vorschlag wäre jetzt quasi versuchen, mit diesen Typen am Tor Kontakt aufzunehmen. in der Hoffnung, dass wir in einen Dialog kommen und nicht, dass sie sofort anfangen, auf mich zu ballern. Was die höhere Wahrscheinlichkeit ist. Was passieren könnte und wird wahrscheinlich. Ansonsten, äh, rufe ich jetzt natürlich hier auch erstmal nur rum wie so ein verirrter Drehkitz. Dicke Drehkitz, hässliche Drehkitz, aber ein Drehkitz. Schakalaka, lakalaka, lakalaka. Was war nochmal die Quest, ne? Wir sollen ins Marsha Büro kommen. Ein Weg ins Colonial Marsha Büro finden. Von Interesse. Oh, es ist ein Spot. Ich muss dies melken. Schocker war leer. Oh, nicht schlecht. Sorry. Ah, schabu, 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 schabam. Ich muss hier hochlaufen. So. Gut. Den nächsten Speicherstand widme ich. 257. So, okay. Ja, auch schon. Tja, denn, wie gesagt, rufe ich mal hin und guck mal. Was mich halt so irritiert ist, dass ich halt nicht in die, in die Lüftungsschacht reinkomme, ohne die Verbesserung des Cutters. Und das finde ich so ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt. Irgendwie. Oder ein bisschen seltsam. Weil mir tatsächlich als Spieler sagt irgendwie, Moment, okay, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich zu viel damit konfrontiert werde, müssen sie mir irgendwo dieses Werkzeug zur Verfügung stellen. in halbwegs unmittelbarer Umgebung irgendwie. So würde ich das nach meinem Verständnis jetzt her irgendwie verstehen, tatsächlich. Also, ich denke, dass das Ding hier irgendwo rumliegt. Oder vielleicht kriegen wir den von dem Typen am Tor. Ich verschwende hier den komischen Cutterschneider hier. Den Ionenplasmaschneider. Teil 2. So, die Grafikkarte. Gut, gut. Ein bisschen Wärme merkt man schon. Aber ein bisschen arbeiten muss er auch. Zack. Die Bude. Oh, noch ein bisschen. Ein bisschen davon. So, den meine ich ja, ne? Hier kommst du halt auch nicht drin ohne. Plasma Cutter. Acht, dos. Ich probiere es jetzt. Hey, Boys. Ne, okay. Also, so nicht sofort. Alles klar. Sofort aggressiv. Na los, dann probiert mal. Schade. Ach, wäre schön, wenn sie den Tor aufmachen würden. Feuer! Können wir nicht durchschießen? Oh, das sieht so ja richtig gepanzert aus. Mein Lieber, ja. Feuerwehr, wenn man aus. Wir haben die nächste Quest bekommen. Na, ja. Wie soll ich denn jetzt da rankommen? Wie soll ich denn da rankommen? Strom wieder herstellen. Wo? Ach, so ein Mist. Das ist gut, wenn ich den Kugel aktivieren. Nein. Wahrscheinlich nur nicht durchschießen. Ne. Kann ich nicht. Los, R2. Finde den Weg. Würde so lachen, wenn jetzt hier der Plastmakat hat runtergelegt. Wolle mich auch schon interessieren, wo er hingeht. Nein. 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 Okay, alles klar. Das ist cool. Das ist ein cooler Kniff. Aber trotzdem. Ihr Penner. Ach, das gibt es da gar nicht. Cool. Aber immerhin. Schön. Na, dann kommen wir hier jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Und jetzt, Vater, können wir den Strom... Jetzt versuchen wir den Strom anzuschalten. Oh, Bauplan. EMP2. Okay. EMP... Das. Das ist eigentlich der Vorteil, irgendwie, von EMP2. Steht das irgendwo? Na, war auch bloß die EMP-Mine, du. So. Elektroschocker ist jetzt wieder voll. Ne, ich muss... Ich muss ja mit ihm nachladen. Die Gefahr, eine Umstände auf dem Astropool wurde kürzlich erhält. Oh, 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 oh. Also, paar neue Batterien hier machen. Echte Moistaste. Push. Gebar. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Nein, das ist was anderes. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Super. Passen Sie auf sich auf. Cool. Cool. Wobei ich sagen muss, irgendwie... Ich finde, die Androiden... Die sind... Das war auch unheimlich, aber sind nicht so schlimm wie die Ehen. Sag jetzt. Sag jetzt. Aber ich weiß nicht, wie schlimm es wird. Oh, das ist riesengroß. Das ist riesengroß. Mutti. Der Speicherstand ist für dich. So, okay. So, schwarzlicht ist ja auch mal so eine Sache. In so einer Bar. Wirklich vorsichtig damit. So, okay. Wir sind da drüben. So, okay. Hashtag ab 18. Hashtag ab 18. So weit, Frau. Fit Finnick ist tatsächlich auch Job König Uni machen. Also Hotel-Tester. Denn da wirkt dich durch die Hotels, damit der schwarze Dampfen... Du schickst jetzt dein Zimmer hier. Du musst schlafen. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Was ist noch nicht hier? Wait. Ich habe schon so viele Eke-Stories gehört über Hotelzimmer. Da vergeht es einem. Ja. Und man ist ja tatsächlich... Man ist ja als Gast... Ist man ja einfach nur... Gutgläubig. Kann man ja nicht anders sagen. Irgendwie. Man liegt ja immer nur vom Besten aus. Oder dass das nicht so schlimm ist. Oh, wie kommen wir da hin? Ich meine... Die meisten Sachen werden auch in Ordnung sein. Irgendwie. Da wird auch alles sauber sein. Aber... Schwarze Schafe wirst du ja auch wahrscheinlich da haben. Ne? Holy, Alter. Was ist los? Oh, okay. Okay, die Androiden machen das... Äh, die Androiden machen das. Nein. Alles gut. Huh? 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 So. Ich muss schnell mal basteln mal wieder. Ich kann mal ein Team mehr wieder bauen. Hooray. So. Zweimal... Oh, Rollermunition. Das ist wenig. Das ist wenig, Freunde. So. Und hier muss ich so krass mal wieder. So. Und nachladen. Ich finde auch so krass, wie lange es dauert, um den Römer nachzuladen. Hier drückt halten. Real life. Tatsächlich würde ich die EMP-Granaten oder die EMP-Mine nur benutzen, sobald es halt zwei von den Hiwis sind. Für ihn und Alena sind mir tatsächlich ein bisschen zu schade, muss ich mal sagen. Ein bisschen knausericht. So. So. Hier müssen wir hin. Drei müssen wir hin. Achso, wir müssen wahrscheinlich hier rausspringen, ne? Warte mal, hier war da irgendwo. Geht's durch. Ach. Was ist denn der Typ so beschissen kryptisch sein? Versteht das nicht? Da ist ein cool Scheißspruch hinterher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Gut. Können wir ein Scheinchen nach oben, was wir hier gehen? Oh. Team Mucke. Ich freu mich nur die Mucke. Das ist heftig. Das ist heftig. So. So. Er war jetzt der Zielart, bitte. Wir schicken die hier ständig neu an. Hä? Man kennt doch überhaupt nicht, ob die Türen irgendwie begehbar sind. Haha, robot-isolation. M.O.P.